Hier müssen wir auch upgraden, das kostet alles so viel, brauchen wir mehr Rohstoffe, wir können natürlich hier schon mal weitermarschieren und dazu, wir haben wenig Leute, nee das lassen wir mal weitermarschieren, sind das Elben eigentlich? Waldläufe anscheinend, oder? Mensch, düster Wald, Bogenschutze, das müssten dann ja Elben sein, oder? Aber die haben, das sind keine, hä, Waldläufe, Elben? Ach, keine Ahnung, ist auch egal, so, hier, ja wir haben halt wenige Leute im Moment, das ist ein bisschen, Wächter verlangen, Kavallerie, Lanzenträger, ja, mach mal. Wächter, zwei Stück, und dann, und dann, ähm, passt das schon, dann kann man auch hier weitermarschieren, ein paar weitere Rohstoffe einsammeln und so. Vielleicht können wir ja auch das Ganze ein bisschen schneller machen und müssen nicht so perfekt das spielen, also, dass wir wirklich sehr, äh, ja, einfach durchkommen und selbst wenig Schaden nehmen, alles sofort kaputt hauen und so. Also, dann, und das reicht dann vielleicht auch, wenn wir jetzt zum Beispiel schon loslaufen, weil so schwierig ist es im Moment ja nun auch nicht, haben wir ja gerade gesehen bei den Ettenöden. Probieren wir es einfach mal, wenn wir hier ein bisschen schneller durchgehen. Nicht unbedingt durchrushen, kann der das nicht gleichzeitig benutzen, oder was? Ist ja scheiße. Warum kann ich hier kein... Ah, da ist ja der Elbenwald. Na, wir werden ja sehen, wenn es so schwierig wird, dann laufen wir halt wieder zurück, ne? Ist ja kein so großes Problem. Zwergen-Kavallerie gibt's so direkt nicht, oder? Was ist denn das? In Stellung bringen. Verhindert den Transport der Ramme. Ja, gut. Die brauchen wir im Moment ja auch nicht wirklich, die Rammen. Aber gleich, wenn wir hier durch das Tor kommen wollen. Hier, wir können diese Leuchtfeuer einnehmen. Und dann wird die Fähigkeits-Generation, also das Zeug hier, glaube ich, ein bisschen beschleunigt. Außerdem haben wir dann hier so einen Punkt auf der Karte, wo wir dann Sachen sehen können. Ist ja auch ganz praktisch. Aber das sind keine Schätzefallen, oder? Ach, jetzt kann man es nicht sehen, Mann. Warum machen die die jetzt auf? Kann man doch einfach durchlaufen, oder? Ja. Neue Bonusaufgabe, zerstört das Tor. Warum bringen wir das Tor nicht einfach unter unsere Kontrolle? Ah, jetzt machen sie zu, okay. Äh, hier. Hier greift er an. Du übernimmst deine Rüstung und drehen wir mal hier die Kamera. Das ging ja schnell. Baut zwei Minenschechte, der eine in der Höhle einen draußen umstelle, zur Schlacht zu gelangen. Keine Sorge, das sind solide Zwergen, Bauern. Hier stürzt so schnell nichts ein. Ja, die haben wir ja vorhin schon gemacht. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Oh, aber wir haben zum einen einen Klorfindel, der sehr angeschlagen ist. Aber zum anderen auch wieder Rohstoffe, sodass wir hier mal ein bisschen Dingsen können. 250. Ja. Sollen wir hier vielleicht einen neuen Stützpunkt errichten? So mit Minenschächten und so? Wo ist der andere Baumeister? Da. Geht hier mal raus, weil hier haben wir jetzt ja eigentlich alles gesäubert. Und wenn wir hier mal stehen bleiben, dann kommen ja auch keine Leute nach draußen. Oh, außer von da. Lauf da mal weiter. Denn dann können wir hier schon mal ein paar Minenschächte und sowas bauen. kriegen wir noch ein paar mehr Rohstoffe. Die haben wir ja im Moment auch nötig. Wenn es ja eh sicher ist im Moment, sehe ich persönlich kein allzu großes Problem darin. Mach du mal das Gebäude kaputt, bitte. Ja, Mensch. Gebirgsriesen sind natürlich auch eine feine Sache. Wir haben immer noch Tom Bombardier im Petto. Ich würde sagen, wir ziehen die Raben mal kurz da weg. Das bringt es im Moment ja nicht wirklich. Ein Gebäude kriegen wir ja auch so geschaltet. Äh, kaputt. Hast du das Wort? So, rammen. Ja, bleib da. Geht, Stellung. Wo ist die andere? Geht er raus? Hier ist alles in Ordnung? Alle kaputt? Gut, also er ist nicht unsere, sondern eben die Gegner. Schnell. Nein. Eine Spinne macht da alles. Das gibt's doch nicht. So. Ich hätte natürlich den Zauber anwenden können. Mann, ich bin so blöd, ey. Manchmal. Das ist echt schlimm. Zur Sicherheit bauen wir trotzdem ein paar Teile dahin. So, jetzt ist das alles noch nicht verfügbar. Ja. Dann holen wir uns die Fähigkeit, mit der wir einen Turm platzieren können. Ah. Das darf Gläume machen. Und die anderen können sich mal da so hinstellen. Und wir hauen da mal eine Heilung rein. Der Rad ist auch kleiner geworden zum zweiten Teil, oder? So. Jetzt. Was bauen wir hier? Äh. Wollen wir überhaupt noch irgendwas bauen? Heul nicht rum. Lasst uns bauen, Brüder. Keine Zeit für Ruhe, pausen. Proberwärts. Ja, passt schon. Hast du alles kaputt gemacht? Ja, gut. Dann lächst du mal zurück. Jetzt bauen wir trotzdem ein paar neue Truppen. Die können wir schließlich gebrauchen. Pam, 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 pam. Können wir hier noch irgendwas hier, Bannerträger. Genau, das wollte ich. Ein paar Hüter. Geht mal in die Minenschächte rein. Und jetzt können wir die hier zum Beispiel rausziehen. So. Die brauchen so ewig irgendwann diese Minenschächte zu latschen. Ja, Drache, brüll, brüll. Jetzt. Wo ist das Rad, Mann? So, wir sammeln uns alle hier. Haben wir hier noch welche drin? Nein. Und was mit denen? Warum gehen die nicht in den Minenschacht rein? Kann wir ein bisschen abkürzen. So, kaufen wir hier jetzt noch das andere Zeug. Ja, natürlich die Rahmen, die lösen dann hier ihre, wie heißt es, ihre Stellung, die sie erbracht haben, auf. Äh, wir müssen hier weiter. Glaube ich, oder? Kommen wir da durch? Ja. So, jetzt, wir gehen jetzt weiter. Wir brauchen Rohstoffe. Truppen haben wir genug im Moment. Ah, ha, 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 ha. Oder es gibt auch 100% Rüstung, ja, genau. Mehr als der Windreiter. Ne, genauso viel. Das ist nur die 60% Geschwindigkeit. Okay. Ja, lauft hier mal weiter. Das passt schon. Geschmiedete Klingen sind bereit, aber ich will trotzdem. Ja, ist gut, jetzt müssen wir das upgraden. Dann, äh, ihr. Ja, Gläude, mach mal hier deine Spezialfähigkeit. Sind wir jetzt hier schon im Hort drin, oder? Oh, Feuertrachen. Wir vernichten die Feuertrachen, die in dieser Höhle hausen. Ja, gut, die brauchen Hilfe. Ich hab grad überlegt, ob die das alleine schaffen. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Hier macht wieder mal ein Windreiter. Du kannst im Moment sonst nix machen. Ja, ich weiß nicht, ich überleg die ganze Zeit, ob ich so auf Findel vielleicht vom Pferd absetzen sollte, weil der immer so alleine vorausreitet und so und dann eben sehr viel Schaden nimmt. Aber irgendwie, ja, muss jetzt nicht sein. Haben wir's geschafft? Äh, nein, okay. Die Bonusaufgabe will ich aber mitnehmen. Sind hier wahrscheinlich die restlichen. Ah, genau. Das müsste Kloffindl doch alleine schaffen, oder? Ja, ja, aber die anderen sind ja eh da. So, dann hier upgraden und alles. Den Rest auch noch mitnehmen. Nicht, dass sie sich wieder aufbauen. War's das? Nein, immer noch nicht. Hm. Also, ich weiß noch, wo welche sind. Ah, das ist wahrscheinlich das Ende von der Gasse, oder? Da müssen, also jedenfalls in den Gefechten jemand einfach mal hin. Geht ja mit. Äh, Kloffindl sehr schnell. Und bauen noch einen Minenschacht nebenbei. Du, sammelst den Schatz ein. Die anderen brauchen ja gerade noch ein bisschen. Ja, schön. Oh, 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 oh. Oh, 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 das ist gut. Weil, das könnte gefährlich werden für Kloffindl alleine. Aber das schafft er, oder? Ja, gut, dann gehen wir weiter. Ja, kifft. Das ist eine Sackgasse. Können wir hier eigentlich, wenn Kriegsnebel ist? Nein, natürlich nicht. Ling, 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 Lo. Ja, und die Schätze müssen wir einsammeln. Und vielleicht noch einen Minenschacht bauen. Da. so. Dann hier Zeug kaufen endlich. Oh Mann, die Ram, was die auch immer mitkommen müssen. Sehr nervig zuweilen. Hau den kaputt. Gut. Weiterlaufen.